Hallo, ich bin Meri Durzler, wohne in München, bin 25 Jahre alt und singe leidenschaftlich gerne. Die V-Fit hat mich schon länger interessiert, hatte aber noch keine Zeit dafür, habe mich dann durch Zufall einfach bei Glam beworben und habe jetzt das Glück gehabt zu gewinnen. Mein Ziel ist es mit der V-Fit, fitter zu werden und auch ein bisschen abzunehmen und einfach Spaß zu haben und das alles auszuprobieren und jedes Spiel mal zu testen. Am meisten freue ich mich auf das Tanztraining und auf das Yoga. Es wäre super, wenn ihr für mich voten würdet, damit ich mit meiner besten Freundin mich nach einem Monatsstrapazel auf Rodos entspannen kann und natürlich, dass ich noch mehr Anreiz habe und immer besser und immer toller werde.